So, natürlich habe ich was vergessen. Ja, so kann das auch funktionieren, aber egal. Ja Leute, wir müssen heute gucken, wo der Haken bleibt, denn Charity Hills ist wirklich nicht übersichtlich. Ja. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, dadurch kriegt man auch nochmal Fahrzeuge. Durch die Bonus-Mission. Die Brücke müssen wir uns auch noch zugute führen. Sorry, das ist dein Notfall. Hä? Och nee, oder? Vergessen die Extras wieder anzustellen. Schon besser. Das war's für heute. Gucken wir doch einfach mal. Gucken wir doch mal. Wir haben noch eine andere Bonus-Mission. Gucken wir doch mal. So, jetzt dürfen wir den Wallen selber hier wegbringen. Gucken wir doch mal. Eine ziemlich lange Mission. Gucken wir doch mal. 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 Gucken wir doch mal mal. Gucken wir doch mal toll. Hier müssen wir später noch hin. Das hier ist aber wieder simpler als so Stadtteile meines Erachtens. Hier müssen wir später noch hin. Oh ja, wir hatten doch letztens gewundert, warum die Briefkästen da nicht waren. Oh ja, okay. 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 10 Charaktere und 2 Fahrzeuge noch. Boah, aber es ist noch so verdammt viel. Okay. Ja, ja, aber hier ist ja eine 1 und auf der anderen Seite ist ja auch noch eine 1. Von hier aus gesehen. Oh, das ist eine Hundehütte. Und immerhin sind ein Baum drin. Oh, jetzt verstehe ich warum das da ist. Okay. 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 Nee, nicht der Baum. Der ist gemeint. Und das sollte wieder einen Charakter geben. Wo war das? Hab jetzt nicht aufgepasst. Okay. 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 Nee, irgendwas mit Holz war das. Äh? Was ist denn euch blöd? Das muss hier in der Gegend sein. Das muss hier in der Gegend sein. Ich finde es nicht mehr. Irgendwas mit Holz, aber frag dich nicht was. So lange kann ich nicht warten. Vielleicht sicher was von oben. Okay. Okay. Was? Wohin fühlt mich das bitte? Tennis-Spieler. So. Ja, Rasenmäher. Ja. 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 Das war's für heute. Vielen Dank. Wo ist das bitte gespawnt? Nummer 2. Da. Komisch. Hier unten. Alter, was? Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ah ja, hier gibt es auf jeden Fall noch einige Charaktere zu holen. Ja, hier gibt es auf jeden Fall. 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 Ja, hier ist auf jeden Fall. Ja. Da kommt einer zu spät zum Start. Da kommt einer zu spät zum Start. Was ist denn hier die Nummer 8 bitte? Was ist denn mit Grappl? 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 Ich komme doch hier nur zum Level oder nicht? Was ist denn mit Grappl? 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 Auf dem Dach da hinten. So. Das sollte ich machen. Das sollte ich machen. Das sollte ich machen. Du meinst mit dem Ball rennen, anstatt zu dribbeln? Nein! Sachen kaputt machen und so. Oh, total irre. So wie die Basketballregeln? Es wird kein Basketball gespielt. Ah, verstehe. Wir spielen Völkerball. Okay, du bist raus aus der Gänge. Alle anderen, abmarsch! Los jetzt! Lassen wir's richtig krachen! Wie eigenartig. Ein Polizist, auf ihn! Da los, komm schon! Hoffentlich krieg ich meine alte Zelle wieder. Da hängt da die Not. Da los, komm schon! Ach, Mist! Jetzt gibt's den Trachtprügeln. Aufhören! Macht's gut! Halt! Oder ich laufe dir weiter hinterher. Bei deinem Ehrgeist musst du ziemlich gut bezahlt werden. Kann ich dich vielleicht für Geld loswerden? Nein, kannst du nicht. Ich fülle mich hier runter. Ich muss doch rauf. Okay. One, zwei, zwei, drei, drei, zwei, drei. Das war's für heute. Also hier ist auf jeden Fall noch ein Charakter. Das sind aber noch andere Sachen. Es fehlen aber immer noch 4 Charaktere und ein Auto. Den fällt es aber noch nicht. Wo auch immer der steckt, ne? Oh, der ist irgendwo außerhalb. Da im Tunnel ist der Fels. Boah, du musst da auf die Schienen, Junge. Ja. Was gibt's Neues? 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 Neues ist noch weiter weg. Ah ne, da ist er. Was gibt's Neues? Was gibt's Neues? Fies. Wenn man bedenkt, dass hier alles sehr krass verteilt ist. Das könnte klappen. Was gibt's Neues? 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 Man kann vom Wagen nicht abspringen. Was gibt's Neues? 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 So, geile Musik wieder am Start. Was gibt's Neues? Was gibt's Neues? Was gibt's Neues? Was gibt's Neues? Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Alter, als ob ich jetzt jeden Charakter nochmal durchgehen muss. Untertitelung des ZDF, 2020 So, lass mich mal überlegen. 13 haben wir, 14 müsste... Was ist 14? So, lass mich mal überlegen. Oha! Noch drei! Leute, wir haben auch schon einen Charakter-Token. Mit einem Goldenen Stein, das kommt in Spanisch vor. So, 15 ist ein Fahrzeug. Ne, ist ein Charakter. Bubblegums haben wir. Ja, das haben wir auch. Haben wir auch schon. Taxifahrer haben wir auch schon. 19 haben wir auch. 20 haben wir auch schon. 21 ebenso. Haben wir auch schon. Haben wir auch schon. Nordwesten. Nordwesten. Ja, so. Ne, Quatsch. Die 13 haben wir auch schon. An der Bank. Könnte ich nochmal gucken. Tatsächlich da oben. Nun denn, wie kommt man denn da hin? Von der South East. Das hier ist doch Südwesten. Oder nicht? So gesehen, ja. Bis zum nächsten Mal. Ja. Alles klar. Ja. 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 Ja, das ist gut. Das war's für heute. Ja, da oben ist was, aber wie komme ich da hin? Das ist die große Frage. Ah ja, soweit so gut, so kommen wir auf jeden Fall rüber. Vor allem, wir waren schon mal da. Oh, wir haben das ja nicht mitgenommen. So, zwei fehlen noch. So, die elf. Oh, mal noch. Oh, mal noch. Ja, hast du schon zu Hause? Ja. Hast du schon gegessen? Ja. Hast du alles gegessen? Hast du wieder zurück in den Kölzstrang gestellt? Das gegrillte war von der Renate, hast du gegessen? Äh, nee, ich hab von dem Würzchen gegessen. Ja, warum hast du nicht gegessen von das gegrillte? Das ist ich ja nicht. Das hab ich doch eben angelegt. Das war neben dem Essen. So in der Tüte. Nee, 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 nee. Nur so essen, weil sonst wird's ja hart. Das waren, wie nennt man das, die Krillte, was du so gerne isst da auf der Stange. Fackeln. Fackeln und noch ein Stück Hauptspeck oder was das war. Da bist du gekommen. War kurz vor sechs. Ja, war gut. Dann hast du zurückgestellt? Ja. Was sind denn Reichen? Hast du in Pelle gewernt? Ja, natürlich in Pelle. Ja. Morgen gibt's Schuppnudeln. Mit Speck und... Da kann man dann vielleicht auch ganz die Rippchen dazu essen. Jut. Brot hab ich dir auch raus geholt. Hast du gesehen? Ja. Und das tust du dann aber in die Tüte rein und dort rein in die Stange. Ja. Jetzt hab ich echt nicht aufgepasst. Und da oben? Ich mag diese. Ach da oben. Boah, warum ist denn das da oben, Junge? So, Nummer 10 fehlt, glaube ich, noch. So, Nummer 10 fehlt, glaube ich. Oh, ich darf nichts sehen. Okay, die 10 haben wir doch schon. 9 könnte noch einer sein. Wobei, da waren wir doch erst. 9 waren wir doch erst. Ah, die 8, die 8 fehlt mir noch. Da wusste ich nicht, was ich machen sollte mit der 8. Soll nämlich da sein. Okay. 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 Jetzt finde ich das ernsthaft nicht. Was ist denn das für eine Scheiße, Brudi? Okay. 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 Genau. Okay. Okay. Warte mal. Was war das für ein Scheißkotter? Dave something. Dave something. Als ob das so billig ist. So ich finde schon mal. Nächste. Ja ja ja. Okay. Das einzige Gebäude was ich nicht abgecheckt habe Leute. Das hier ist die Security Bank. Okay. Okay. So. 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 Toast. So. 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 Boah, was für ein Miststück, aber wir haben es. So, das nächste gute Stück ist das hier. So. Endlich Feierabend. So, das nächste Mal. So, das nächste Mal. So, das nächste Mal. Keine Schuld. Moment. Ja, hallo, Ander ist hier. Na? Nicht viel. Wir waren am Montag. Ja. Gestern, genau. Ja. Äh, ja, das hat so. Ja. Also, morgen bin ich schon meistens nach 5 zu Hause. Ja, genau. Also, morgen nach 5, am Dorstzeit bin ich nach 5 da. Und am Freitag bin ich halt erst wieder nach 6 da. Ja, also es ist halt... Ach, sagst du, ist die sichere Seite, genau. Ja, bislang ganz gut. Ja. Auf jeden Fall. Ja, ohne Stau würde ich mal sagen, eine halbe Stunde. Ja, kann man schon so 45 bis eine Stunde rechnen. Na ja, hängt ab, wann ich loslegen muss. Es sind ja unterschiedliche Zeiten. Ne. Ja, also es ist einmal halb 8 und einmal halb 9. Also, je nachdem ob früh oder spät. Ja. Ja. Wird ich aben? Ja. Na, machst gut. Ciao. Schau Tögeleiter So, fangen wir doch mal an. Hier in der Gegend. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Saitendo, danke fürs Verloh. Na, wie jetzt? Wir sind momentan am 100% Sammeln, was nicht gerade einfach ist in diesem Game. Ich meine, wir haben jetzt gut... knapp 60% oder so? Mehr aber auch nicht. Ja, das ist aber auch hier echt viel. Oh Gott, diese Steuerung vom Fahrzeug. 83%! Ich muss das ja alles mit Hilfe einer Karte machen. Ja, super! RIP! Das war nix! HALTER! Das Fahrzeug ist so krass! Ich glaube, ich bin hier wirklich mit dem Nitro nicht bedient. Weil den driftet mir so hart weg! Mit dem scientist Look... Ich bin ganz klar. Ich komme mit dem ich Musik oliage Eines Drei Ich sollte ein bisschen mehr aufpassen. Wohin führt mich das bitte? Ich glaube das wird eine lange Fahrt hier. So kommen wir zum Streamplan. Freitag geht es weiter mit Professor Layton und der Ruf des Phantoms und danach ein bisschen Mario Guard. Und am Samstag werden wir uns mit Siedler die neue Allianzen weiter auseinandersetzen müssen. Und am Sonntag gibt es wieder Spyro Marathon. Ja aber ich werde es heute nicht mehr lange machen. Ja 55,4% habe ich aktuell. Also kann man sich schon mal denken wie lange das hier noch dauern wird. Ich habe allein schon für Cherokee Hills sehr lange gebraucht. Und ich bin auch noch so klug. und mache es dem Alphabet nach. Die ganzen Abteile. Wollte ich nicht noch Charaktere kaufen? Das machen wir jetzt. Das machen wir jetzt noch gegen Ende. Allerdings will ich am richtigen Ort sein. Wobei ich eh wieder zurück gesetzt werde. Ja also so erfolgreich war es heute jetzt nicht. Es war halt ziemlich viel Besuche in Cherokee Hills. Ich komme gerade echt mit den Knöpfen durcheinander. Nein. Polizisten haben wir jetzt eigentlich schon einige. Oh ne ich wollte das nicht. Ich brauche schon nochmal einen Rex Fury. So was haben wir hier noch? Von den Bergarbeitern gibt es aber wirklich scheiße wenig. Junge. Konzentrier dich. Also von den Bauarbeitern haben wir gut abgeräumt. So Einwohner. Oh Gott ist das viel. 30 von 40. So nochmal Spezial. 21 von 47 ok. Spezial 2. Danke. So noch was? Nein. Dienstleister. So viel zu den ganzen Charakteren. Und wie es hier weiter geht. Und wie es hier weiter geht. Sehen wir nächste Woche. Wir sehen uns Freitag wieder. Mit einer Runde Professor Layton und der Ruf des Phantoms. Und danach Malkat 8 Deluxe und Dein. Bis dann. Und Bye Bye.